So, dann kann ich hier einmal jetzt hoffe ich Ah, okay So Äh, dann ziehen wir jetzt einmal kurz um So Und dann warten wir jetzt nur noch auf die anderen So Oh Gott, ich werde mich jetzt einmal ganz kurz wirklich ein Ding Oder was das für ein Ding, aber Sehr, sehr Äh, frischer ist das schon wieder da? Äh, gleich Er braucht nicht lange So, äh Ich glaube, ich höre ihn umschworen Äh Oh, was knistert denn da so schön? Chips Ja, ich weiß nicht Mit Tzatziki-Geschmack Okay, das kenne ich noch nicht Mega lecker Ich wollte gerade fangen Und schmeckt aber Ja Hat sich ja schon Beantworten Die habe ich schon mal eine Einladung geschickt Ja Gott, ich spiele mit alten Männern Ja, ich wollte gerade sagen Das ist bei alten Leuten normalerweise So, wie stelle ich denn das Mikro jetzt hier wieder ein? Die müssen mich doch hören, die alten Schabratten da Wie geht denn das hier? Hallo? Ja Könnt ihr mich wieder hören? Wir hören die schon die ganze Zeit Uh, das ist ja peinlich Ach Das war Absicht Nein, wie kommst du denn da drauf? Weiß ich auch nicht Das weiß ich auch so Wenn es kurz so leise ist Ich habe das viel leiser als die anderen Sachen Oh, was ist denn mit dir passiert? So Wieso? Du weißt, wie ich aussehe vom letzten Mal Hat das schon dieses Grelle? Ja Ah So, wie ging das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung ging Das kann dir am besten Digi erklären, weil ich spiele mit Controller Ich kann dir die Steuerung nicht sagen Ehe-Taste, Pfeil-Taste und Leertaste oder sowas, ne? Also ich habe WASD und die Leertaste und die Maus halt für die Kamera Ich glaube, das war es auch, ne? Und Spurten irgendwie, ne? War das Shift? Achso, ja, müsste Shift sein Ich schiffe ein Kreis, du Ich auch Ist das Streamline? Ich habe 18 Ja Ich meine, die fragt drei Stunden zu spät, aber ist ja ab 18 Ja Gut Oh, was Neues Oh Wolkenrennen Verwinde die futuristischen Hindernisse und Rände zur Ziellinie Ich will lieber zur Startlinie Das Okay Ach du Scheiße, was ist das denn? Eine der neuen Maps, die kenne ich selber noch nicht Wie soll das denn gehen? Indem du durchrennst Wieso bin ich ganz hinten? Wieso ist Digi ganz vorne? Huch Ne, Shift ist es nicht Wow Was ist das? Ui Etwas Geringere Gravitation Stimmt Ui Hä? Nein Hä? Wie soll das denn gehen? Alter, die schubsen mich dauernd runter Ey Wie soll das denn gehen? Okay, ich komme Das wird eine schnelle Runde Ja Ui Und so, nächster Checkpoint Ich habe es rüber geschafft Nein Ich auch Hä? Ich bin Wetter Oh, bei mir sieht es gerade noch ganz gut aus Oh Okay Ach so, mit linker Maustaste hält man sich fest Glaub ich, oder? Ja, das ist das Ja Huch Wow Also Hä, wie soll das denn gehen? Seid ihr auch immer noch am Start? Nein Ja, das nun nicht, aber Nicht Ich schubs mich nicht Oh Die Schwede Oh, ich glaube, ich habe es gleich geschafft Oh, ich bin fast in so einer Kanone gelandet Oh Aua Uah Oh Oh Nein Nein, nein, nein Der geht ja sofort weg Also, ich bin hier mit zwei anderen Letzter Also, ich bin kurz vorm Ziel Ja, komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, komm schon, komm schon Ja, 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 komm Ja, 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 ich habe es gleich Ich habe es gleich, ich habe es gleich So, bin im Ziel Ah, ah Ihr Lappen Ich bin wirklich kein Uwe Was? Hä, wo muss man denn? Warum steht denn denn einer? Bist du Shetty Master? Ich glaube, dass es frisch ist Ja, er antwortet ja nicht So eine Scheiße Also, ich habe es geschafft Ihr könnt mir gerne zusehen Ich bin, ich bin über die Startlinie rüber weggekommen Ich bin ins Ziel gekommen Ich habe es über die Startlinie geschafft Hast du fein gemacht Ich bin da irgendwo hingeschafft Und, was machen die Kinder? Wir haben keine Achso Hm, achso Ja, ich muss ihn immer wieder dran erinnern Er hat halt Alzheimer Hoffentlich kommt was richtig Gemeines Was sagst du denn? Die kenne ich auch nicht Ich habe auch was Neues Ich glaube, die hatte ich schon mal Schaltkreislauf Mein Kreislauf ist sowas von im Keller, ey Und schalte ich auch nicht mehr Wenn der Kreislauf im Keller ist Erstmal ein Hörner-Whisky Oh ja, gute Idee Prüft Ja Tschüss Ein edles Ah, ein Rennen Das ist ja geil Dass du in Kreislauf Ey, 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 ey Bumst mir nicht Ach, man kann hier durchlaufen Das war der Fehler, den ich beim letzten Mal wohl gemacht habe Man kann hier durchlaufen Ja, beim letzten Mal habe ich versucht, da hochzukommen Gibt es da einen Shacky-Points? Hier gibt es keinen Shacky-Points, glaube ich So Das ist ein Rennen Ja, und was ist, wenn man runterfällt? Hier fällt man nicht runter In der Regel Eigentlich nicht, ne Das ist ja einfach, warum sind wir nicht dabei? Weil ihr es in der letzten Runde nicht geschafft habt Ich hätte es in der Probe geschafft Weil uns das ja irgendwie zu einfach wäre Naja, das ist so Das war's für die Noobies hier Deswegen lassen wir die das mal machen Für die richtigen Noobs Ui Alter Der hat dich aber gut katapultiert Ja, ne? Altaria, Altaria, ey Ey Altaria Altaria, ey Oh, ihr Kleid Der hat dich aber gemein geschoben Altaria, ey Aua Ey, das wäre echt ein bisschen easygoing, das Ganze Das wäre unfair den anderen gegenüber gewesen Wir werden ja schon qualifiziert jetzt Die sollt ihr auch mal in Erfolgsaalippis kriegen Ja, ist echt so Muss ja nicht sein, sowas Solltest du aber schaffen Oh, hast du geschafft Ja, natürlich Ja, ganz easy Gut, ja Digi und ich wären erst dann zweiter geworden Na? Ja, von hinten wahrscheinlich Besten 50% Nein Ich meine nicht Geht ja nicht immer nur um hinten Es geht auch mal um vorne Dafür kommt der aber verdammt selten durchs Ziel Das hast du jetzt nicht gesagt Naja, bei dir stimmt das auf jeden Fall Was ist denn die Sachen? Das ist wirklich Also Frutus kommt ja mehr Also noch öfter durchs Ziel als du Hä? Ja, aber so ist es doch nun mal Ey, nicht in diesen Worten Weißt du, ich verteidige dich gerade, Frutus Und du? Hoverboard Was ist denn ein Hoverboard? Hä, wie soll das nicht gehen? Wie soll ich zurück in die Zukunft? Hoverboard Miss Hooverboard Ja, oder so Gut, das sind ja kaum noch Mitspieler Das ist ja ein Fub Der hätte ich auch gewonnen Warum haben wir so eine Eins hinten dran? Weil ich die Beste bin Man sieht nichts Hä? 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 Lass da hin Ach, das fährt da so rüber Ja, so ganz langsam, genau Uiuiui Pumokel Komm, schnack sie Sieh, sieh hier Ey Ich weiß gar nicht, wie man sich festhält Mit Shift oder Linke Monsters Ja, und rechte Monsters Ist ja hier dieser Hechtsprung Ach, der ist das Ah Jo Ist das schon das Finale? Nee Ach so Nein, war das gemein Ach so, nee, war gut Ja, ich wollte aber auch gerade sagen Jetzt hat sie sie darunter geschubst Aber nee, sie ist ja Aufs Hover Das ist ja voll easy, Alter Overboard Ja, das hätten wir auch gewonnen, Digi Ich weiß Alter, hier Pinball Wie geil Pinball Wir hätten unser eigenes Hoverboard gehabt, was viel schneller gewesen wäre Ja Pinball Wee, ich hab mal nicht die jetzt So schlecht Ey? Ja Alter, bist du 18. geworden? 8. geworden? Jetzt geht es ja noch weiter Aber ja Bin jetzt 8 ins Ziel Bisher Geil Oh, er hat es auch geschafft Mal schauen, was jetzt kommt Jetzt müsste, glaube ich, die letzte kommen Jetzt hat sie jetzt das Finale? Ich meine, ja Ja Ist ja geil Das habe ich noch nie geschafft Ich habe schon öfters ins Finale geschafft, aber noch nie gewonnen Gewonnen habe ich noch nie Cleo Was denn? Da bist du ja Wo warst du? Im Haus Warst du auf dem Hoverboard? Ja? Warst du auf dem Hoverboard? Oh, nee, nicht so ein Kack War da Kacken-Kacke drauf? War die lecker? Ja? Ah Ich versuche hier in meine Mitte zu kommen Oha, oha Zieh mal die Krallen ein Nein, nicht im Fuß beißen Aua Hilfe Nimm's Oh, komm her Mach Bäuerchen Mach Bäuerchen Bäuerchen Ja Ih, was muss man da denn machen? Ich habe nicht zugeguckt Das ist ganz Ach, durch die Ringe durch Ja Oh, zwei sind schon qualifiziert Nein, nicht im Fuß beißen Oh, hört ihr mich noch? Ja Ja Du warst hier in mein Headset-Kabel gebissen Oh, das ist nicht gut Oh, wer ist das denn? Oh, was ist denn? Oh, du fällst Du fällst Ich hab dich Oh, Simba Scheiße Oh, Runde beendet Fast geschafft Ja Einer hat gefehlt Einer hat gefehlt Ah, jetzt kommt erst das Finale Hä? Oh, was gibt's hier aus Herausforderungen? Ich produziere die fünfmal Das haben sie jetzt hier auch schon Herausforderungen eingebaut So, was muss ich denn jetzt? Mach Ich muss das sagen Wee Ah Haben wir alle gleichzeitig gar noch bereit getriegt Jo Gekonnt ist eben gekonnt Was soll man sagen? Aber ist egal Ja, das kann man nicht anders sagen Ja, das ist was Du macht was Wobei dieser Käpt'n Blaubart da hinten auch ganz geil ist Naja Und Yellow First Jo Was willst du uns damit sagen? Weht die FDP, oder was? Nö Sunshine 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 First So, mal sehen wir es jetzt Oh, schmecken wir die Chips Mmh Yummy, yummy, yummy Yummy, yummy Hallo? Hä? Hä? Ach, das Ding Also ich kenne die Steuerung immer noch nicht Das ist mein Problem eigentlich Ja, wie gesagt B, A, S, D Oder halt Faltasten Leer-Taste Linke Maus Das rechte Maus Das ist Alternativ halt Shift Och, Leute Das sind so viele Tasten Das kriege ich doch wieder nicht hin Ah, die Map Kenne ich ja mal Die kenne ich auch Das sollte Die habe ich mal geschafft Sogar Wir spielen ja hier mit Noobs Also ich denke mal Dass ich es nicht schaffe Uh, ich schaffe in der ersten Reihe Uh, ich bin der Erste Was ist das? Na, Diggi habe ich jetzt schon mal überholt Ja, aber auch so gerade eben Das war jetzt nicht so Na klar Mein weit vor dir Äh Jetzt nicht mehr Dann hat jemand noch Wolltest du sagen? Dann hatte jemand noch denselben Skin Uh, ich bin ein Checkpoint Jetzt bist du wieder nach vor mir Ja Oh, ich fand mich schon erst da Ey Ey Nein Nein Das war so gemein Au, ey Hälse Hallo Du schon Juhu Vollifiziert Yo Yo, ich auch Sehr schön Ich am schönsten Nee, ich Das war ein mega geiler Sprung Weil ich war die ganze Zeit ganz vorne, ne? Und dann verkacke ich es Ja Das ist eigentlich immer so Wenn du dich sicher fühlst Ah ja, jetzt und dann Oh Ich fühle mich ja nie sicher Das ist das Problem Je weiter ich vorne bin Je schlimmer ist das Beste 50% Ich auch Ich will Ich will Ein Wunder, dass du es überhaupt in der nächsten Runde geschafft hast, Digi Danke Wieso? Das kenne ich doch Den Parcours Ja, das heißt aber nichts Ja, das heißt aber nichts So, was kommt jetzt? Boah Was kommt denn jetzt? Ach, das Ding Oh nein Das kann ich doch nicht Kann ich wohnen, da ich will nicht Straße Das ist blöder Scheißdreck Oh yeah Das krieg ich nicht hin Ich bleib gleich vorne stehen Dann kannst du es auch nicht schaffen Warum starte ich auf der letzten Reihe Und Digi aus der zweiten Und Dingens aus der ersten Ich weiß nicht Weil wir es können Upsa Ja, ich falle schon Oh, das war Glück Uh, ja Bei mir auch gerade Upsa Komm schon, komm schon Wurzelat Uh Da ist doch ein Checkpoint Ja, ich hab den Checkpoint geschafft Das ist das erste Mal Ich hab das allererste Mal auf dieser Map im nächsten Checkpoint geschafft Boah Nein, wer war das? Das war so gemein Ja, hohe der Piepen Leute Nein, auch Lexen Hat schon mehr von euch geschafft? Ich gleich Ich liebe diese japanische Mucke, ey Dass ich das mal sage Dass ich das mal sage, Ailaria Dass ich japanische Mucke mag Und? Ist einer von euch drin? Jo Also du bist doch nicht im Ziel Nee, aber ich bin noch drin Du hast gefragt, ob noch jemand drin ist Nein, ob schon jemand drin ist Hab ich gefragt Ja, ich war kurz vorm Ich auch dahin Ich hab's am Horizont gesehen Scheiße Ich bin weiter Ja, das dachte ich mir Ja, aber wir haben's in der zweite Runde geschafft Immerhin Ich will mich nicht beklagen So, dann mach ich mal was zu essen Mach das Oh, nochmal rollfeld Was? Nochmal rollfeld Wie nennst du mich? Wow, 21 Stunden gleich Bin ich wach Gleich Boah, warum kommen mir jetzt immer so kacken Nachrichten hier? Ich will Nachrichten Ja, ich krieg von Google Scrum hier ständig irgendwelche Werbung gerade angezeigt Ich kann sie jetzt aber gerade wegmachen Weil ich ja hier mittendrin bin Das ist so Und die sitzt hier mitten im Bild, diese Anzeige Das ist schlecht Ja, das ist ja nur schlecht und das ist scheiße Ja, das ist richtig scheiße Aber ich würde unbedingt den neuen Killer zeigen Killer Also hätte ich meinen Freund nicht Na? Dann Würde ich nur noch DBD zocken und das wäre mein Schatzi Ah Weil ich so einsam wäre, dass ich mich vor der Außenwelt verschließe und keinen anderen Menschen mehr sehen möchte Wo mein Killer als einziges mir Halt und Brust bietet Ja gut, meinetwegen Wenn du das sagst Wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein Halt du kleiner Hosen Scheiße Ich wollte gerade was ganz Böses sagen Ja Ja Ich glaube auch Können jetzt mal bitte wieder Leute rausfliegen Bin ich da dankbar für Jo Und weiter Sehr schön Ja, ne? Ja. Drei Stunden muss ich noch durchhalten. Ja, ich glaube, das wirst du noch schaffen. Ich muss das Schlimmste ist, wenn ich nachher schlafe, werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit die Panik haben, dass ich noch streame, weil ich während des Streams eingeschlafen bin. Habe ich tatsächlich, ohne Scheiß. Als habe ich manchmal echt einen Megaschlimm, auch nach einem kurzen Stream, wo ich mir dann denke, so scheiße, habe ich den Stream angelassen, bin ich während des Streams eingeschlafen. Bist du eingeschlafen? Was? Nein! Ach, nein! Hat unser Hund hier gerade so einen Krach gemacht? Ja. Ach, unser war das. Alles klar, ich mach mal Essen weiter. Mach das! Du musstest doch nur in die Friedensprüfung, 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 Friedensprüfung. Alter, warum ist mein Team so behindert? Fange es! Du kleines Kind! Könnt ihr so behindert sein? Alter, Falter. Weißt du, wegen dem Scheiß Team kriege ich raus, ey. Ja, sieht nicht ganz so gut aus. Ach. Das könnte man wohl sagen. Alter, du blöde, du kannst in mein Team, du Scheiß. Wie behindert kann ein Mensch sein, ey. Das geht mir aus dem Weg, ey. Wie unkooperativ, ey. Neuen Kinder, ey. Käfigkinder. Käfigkinder? Das ist doch wei. Das hab ich ja noch nie gehört. Naja, ich glaub, die Wörter nicht auf dazu gehabt, darf ich nicht sagen. Ach so. Der Frisch ist aber gar nicht da. Ne. Hüpfen die Sehschen. Oh, ich will mit dir unbedingt gerne ein neuer Among Us Map spielen. Map. Ja, ich muss mal gucken. Äh. Und jetzt sagen. Keine Ahnung. Sollen sich die irgendwie nur runterladen oder so? Nö. Die hast du automatisch. Meine. Die hast du kostenlos dazugekriegt. Echt? Jupp. Oh. Hast du es weiter geschafft? Ne, dank meinem Team bin ich rausgeflogen. Die waren zu blöd, einen Pinguin zu fangen. Ah. Und jetzt? Ah, ich muss Escape drücken. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie dein Bildschirm aussieht. Wahrscheinlich ist er noch da, bei diesem... Ich guck noch zu. Ah. Du bist noch zu Schauer. Und du schaust noch zu. Fertig machst dein Meme. Shady. Shady. Shady, 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 Planet. Alter, mein Kopf ist schon richtig mega heiß. Alter. Pass auf, morgen bin ich krank. Mach keinen Scheiß. Hatte ich tatsächlich damals. Da war ich aber noch ganz, ganz klein. Also, was heißt ganz, ganz klein? Aber das war nach dem Wochenende, wo ich die Filmplanet, die das hier auf Kenntelle durchgezockt hatte. Da hatte ich tatsächlich, äh, drei Tage Fieber. Krass. Aber frag mich nicht, warum. Weißt du, kein Kontakt zur Außenwelt? Hast du auch halluzioniert? Nee, das nicht. Halluzioniert. Nee, das nicht, das hörst du, du. Nee, doch. Hast du nicht halluzioniert? Nein. Du, dabei ist das so selten, du. Ich hab aber telefoniert. Da sind das zweite, blaue Meer. Und die Vögel und... Kuda, kannst du sehen, doch. Kuda. Und ich hab mal Autowaren gesehen. Einen Autowagen. Ich glaube, ich rufe irgendwann mal in der Anstalt an. Das war so schön, du. Ich glaub, ich will Freunden aufnehmen. Ich hab mir direkt einen Stift und einen Zettel geklaut, ne? Und dennoch hab ich da gezeichnet, du, du. Oh, nee. Die mag mich ja gar nicht so, du. Ich hab 21 Stunden geschafft. Sehr schön. Jodo, herzlichen Glühsturm, nicht? Das ist ja eine ganz heiße Sache, du. Aber man ist auch heiß. So, guck mal, da sind Tore. Musst du mal ein Fenster auf ihn, Keller. Das Fenster ist seit heute Morgen offen. Achso, wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Ich bin hinter Aydaria. Hinter mir kannst du nicht sein. Achso, dann warst du das nicht. Aua, das war ja mega gemein. Also ich stand in der letzten Reihe, hinter mir konnte keiner sein. Wo bist du hin? Ah. Ah, so hält man sich. Ich verstehe. Also Türenlauf nicht verkacken. Also dann... Alles. Verkack alles ist mir egal, aber nicht Türenlauf. Dann verkackst du auch nicht. Natürlich auch, ne? Gar nicht. Alter, du kleiner Dreckshai, ey. Uuuh, Alter. Ich war siebter. Nicht schlecht. Glaube ich. In deinen Träumen? Ne, wirklich. Ja, weiß ich doch. Weiß ich doch, habe ich es gesehen. Ich bin Bestestester. Ne, wärst du Bestester, wärst du Erster. Ich bin Tester. Test. So, Leute, ich muss mich ums Essen kümmern. Was geht denn jetzt hier? Aber wir haben noch eine Friteuse. Ja, deswegen. Ja, ich muss das nacheinander reinpacken. Die haben drei verschiedene, vier verschiedene Garstufen, die Sachen. Ich hau das immer alles in eins rein. Deswegen liebe ich dich so sehr. Ich wollte gerade sagen, jetzt sag nichts Falsches. Wer? Du. Ich noch einen. Oh, nicht diese Kacke. Die kenne ich noch nicht. Was kennst du überhaupt? Greife nach dem gegnerischen Team, um es zu verhexen. Hä? Wir sind, glaube ich, alle in einem Team. Was muss man denn machen? Das andere Team verhexen. Wir müssen nicht verhext werden. Also, also. Ja. Hä? Ich möchte verhexen. Oh, nee. Ich bin leider nur ein Mitspieler. Wir sind alle nur ein Mitspieler. Wir dürfen nicht verhext werden. Ach so, das heißt, ich muss wegrennen. Ja. Ja. Verpiss dich. Bitte. Kann nur ein bestimmter, also. Nur die gelben können das, meine ich. Oh, ich bin gefallen. Oh, das ist ein Game Up. Ähm, blauer ist auch schon verhext. Ein paar blaue. Oh, ich glaube, ich bin verhext. Oh, hier weiß ich, ob ich verhext bin. Wenn du so komische Dinge um dich hast. Ja, habe ich. Die sind fäschig. Ich bin verhext. Nein, sind sie nicht. Es ist gefährlich. Wir müssen doch gewinnen, ey. Ich bin eh schon verhext. Kann ich jetzt die anderen auch verhexten? Ja. Ach so. Du musst jetzt versuchen, die gelben zu verhexten. Ja, du hast ein Game. Wie mache ich das? Mit einer linken Maustaste. Geil. Den kriege ich. Dich kriege ich, du kleiner Süßer. Ich bin hinter einem her. Ganz nah. Ja, ich habe ihn. Ich bin kölnisch. Hallo, ich gehöre zu eurem Team, ihr Wichser. Bitte? Ganz toll. Ja, mich hat, mich wollte ein Blauer verhexten. Wie Gehirn amputiert kann man eigentlich sein, ey. Oh, ich habe auch einen Blauen verhext. Meine Fresse, wie dumm kann ein Mensch sein? Sein eigenes Team verhext. Ich habe ihn, ich habe den gelben. Gott sei Dank. Alter, bin ich gut. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Auch geringstmögliche Mühe. Naja, ich habe es bis fast zum Endschluss durchgehalten. Haben wir gewonnen? Ja. Ja. Bin ich weiter? Ja. Ja. So weit war ich noch nie, Leute. Ich muss mich doch ums Essen kümmern. Wippkanonade. Lass dich nicht in den Schleim schleudern. Ach, okay. Kleinschleudern. Ist? Ah, ich verstehe. Ausweichen. Fall nicht in den Schleim. Du darfst einfach nicht runterfallen. Einfach ausweichen. Ja. Und wir werden natürlich beschossen. Deswegen soll ich ja nicht runterfallen. Und das wippt auch noch. Sehr schön. Deswegen hältst du. Oh Gott. Oh, das war knapp. Ey. Sehr knapp. Ey, was soll das? Hui. Ey. Uh. Es gibt natürlich auch so komische Pistenecken, die einen festhalten. Aua. Oh, toll. Au. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Du musst auf mich rausfallen. Du musst weiterkommen. Nein. Nein, das darf nicht wahr sein. Ja, ich bin weiter. Als Vorletzter bin ich rausgefallen. So, ich kümmere mich ums Essen. Ja, mach das. Ich bin weiter. Ich bin weiter. Ich bin weiter. Ich bin weiter. Ja, ist ja nie. Ich bin weiter. 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 Ja, ja. Ich bin so kipps. Ich bin weiter. Ich bin weiter. Ich bin so weiter und weiter. Und, oh Gott, was ist jetzt? Erzählpunkt, in dem ich die Bälle in den Gegner vom Kopf befürde. Ach, du Kacke. So, hab ich doch ein Scheiß-Team wieder. Ich hab gar gelesen, Bask-Fett-Ball. Das lässt ja gar nicht so. Wett. Ja. Oh Gott. Ey. Du musst das ja auch drehen, ey. Oh, Löhle. Gelbes Team hat ein Tor. Oh, da. Oh, da. Hör auf, wie fährst du halt, du kleines... Oh, das ist ja cool. Alter, du kleines... Pitten, ey. Pitten, ey. Alter, ich gehör zu deinem Team, du ruhig... Uhrensohn. Bitte, bitte. Ich habe Uhren gesagt. Uhren. Uhren. Du musst tatsächlich in diese Klöbe da rein, oder? Ja. Bleib stehen, du kleiner... Du kleine Uhr. Huh. Nein. Nein. Aber wir liegen trotzdem gut im Rennen. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Alter, nehmt der Ball, nehmt der Ball, du kleiner. Alter, aber du Affenkopp, ey. Ja. Ihr kleinen Affen, ey. Nee, das verliert ihr. Was? Warum haben die jetzt auf einmal vier? Weil die behindert sind, ey. Ja, das ist mir schon klar, aber es ist ja... Warum haben die auf einmal vier? Weil mein Team behindert ist. Ach so, ja, das ist mir klar, aber... Na ja. Alter, ihr kleinen Frickskinder. Hallo, hallo. Was? Ist du mir behindert? Warum lässt er den Ball fallen? Weil ich festgehalten wurde. Warum merkt's ihn fest, denn der Gelbe ihn hat? Weil der Gelbe zu dumm ist. Uh, da bist du vorbeigerannt. Qualifiziert. Ja. Aber hast du dich in der letzten Sekunde? Ja. Ach, ihr habt noch ein Tor geschossen? Das ist meine Kinder, der Mann Koppel. Ein Koppel. Ist das das Finale? Ja. Das kommt bestimmt wieder irgendwas Tolles. Bewegt dich zwischen rotierenden Regen, um nicht in den Schleim zu fallen. Ach, das Ding wieder. Oh, bitte lass mich einmal Glück haben. Ich will ein einziges Mal die Kacke hier gewinnen. Ich hab das wohl nie gewonnen. Und in den Dingern bin ich eigentlich gut. Schumpst du raus? Nein, da verliere ich meistens selber bei. Haut ab von mir. Hau ab. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Was hat der denn? Er fiebert mit. Ah, nimm, ey. Ui, ui. 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 Tschüss. Oh, ne. Das hätte ich ja nicht gedacht. Schade, hat noch keiner ausgeschieden. ja deswegen ja das wird immer schneller der typ mit dem fernseher auf dem kopf sieht cool aus das ist auch immer sein zu ja 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 das finale der arme silly charging channel Ja, wenigstens habe ich es bis ins Finale geschafft. Oh, voll süß. So, ich mach mal eben ganz kurz, ich bin gleich da. Ja, mach mal. Hi, Bots. Was? Habe ich gerade gekriegt? Ach so. Das denkt mir sein. Ja, guck mich mal an. Ein Hai. Oder sowas. Ja. Ein Hai. Das, mein lieber Diggi, ist ein Hai. So, ihr Uhren, da bin ich wieder. Das geht irgendwie immer sehr schnell bei dir. Wir haben ja auch eine Fertöse. Ja. Aber muss man da nicht trotzdem beibeiben? Bla, 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 bla. Du siehst anders ab. Kriegen wir jetzt jedes Mal eine Sondermeerdung, wenn ich irgendwas Sonderbares tue. Ja. Ja. Ich werde angehundet. Aha. Ruhe ich mich auf mein Bett? Wobei ich dir noch den Killer zeigen muss. Ja, können wir ja auch gleich. Wir müssen auch gucken, wann wir Among Us zeigen. Also nicht im Stream. Ja, du schläfst dich erst mal aus und dann. Äh, wieso? Gerade gehst du doch. Ja. Ja, du sollst aber gar nicht in den Stream. Nicht im Stream. Ich beobachte einfach nur gerade nach gewissen... Was heißt denn? ...gewissen Wesen. Ach, du Grüne und Neune. Wenn du verstehst, was ich meine. Hm, ich glaube. Ein Wokkenrennen. Ein Wokkenrennen. Seit heute Nacht ist die Person sowieso bedient. Wer? Ach so. Die Person von heute Nacht. Über die wir gerne reden hier alle. Persona non grata. Rapa? Oh, das war doch das, was wir letztens so gut geschafft haben. Juhu. Eide ist hinter mir. Hör vor dir. Gerade. Das ist aber was anderes. Ein bisschen zumindest. Hä? Nee, doch nicht. Das ist genau das Gleiche. Ja, ich weiß. Ich hab mich vertan. Das ist too strong. Ach, die Scheiße ist das wieder. Ja. Ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich so ein komischer T-Rex da vor mir umfuchten würde. Das ist eben. Hallo? Warum wurde ich jetzt zurückgefeffert? Blöde? Eww. Das war, das ist auf jeden Fall das Frischloss. So, jetzt. Nein! Wie dieser Hei immer fällt. Boah, jetzt verspält er uns hier auch noch die Tür, ey. Ein kleines Fisting. Ist doch mit War. Love, not War. Okay, soweit war ich eben noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob er gut ist oder schlecht, aber... Oh! Ich war auch noch nie so weit. Oh! Boah! Hallo! An alle behinderten Leute hier. Gameplay kennen sie nicht. Was sehe ich, wenn man... Na gut, jetzt hier geht's... Hier geht's ja, es gab auch nur ein Begegnung. Ja, nein, es ging darum, wenn alle... Alter, Boah! ... in die entgegengesetzten Richtung gehen, in die man eigentlich muss. Alter! Ja, das gewisse Ding nicht aufgeht. Ich hab den ersten Checkpoint geschafft. Dann funktioniert das Ganze nicht. Ja gut, das stimmt natürlich. Ja, ich werde das nicht schaffen. Bin zwar relativ weit, aber... Also, ich schaffe es. So hab ich. Yo, bin drin. Ich gehe wieder an diesen... Mist. Oh, nein! Nein, ey. Und ich war so weit. Ja, ich war so weit. Joah. Takuna Madada. Dieses Brachsackskensch. Ja, 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 ja. Gott, irgendwas stimmt nicht mit mir. Nee, die Person ist tatsächlich nicht da. Wobei ich es dabei dann so machen würde, dass ich mich überall unsichtbar mache. Ja. Wohl weißlich. Ich glaube gar nicht, dass die Idee entstehen könnte. Weil ich würde gerne dir die neue Map zeigen. Wobei die verdammt schwer ist. Muss ich dazu sagen. Toll, mein eigener Mann hat mich verzaubert, ey. Ich habe aber einen verzaubert. Noch einen verzaubert. Noch einen verzaubert. Noch einen verzaubert. Oh, ich bin ja so weit. Oh, ich bin ja super. Woah, ich bin ja super. Komm schon! Ach, kacke. Scheiß Team. Scheiß Team.